Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute spielen wir den Ziegen Simulator und jetzt los gehts Level 1 das sind wir eine Ziege und ja Freunde schreibt in den Kommentaren wie die Ziege heißen soll bis jetzt heißt die Ziege okay ich kann kein Englisch so gut und dann ach du heilscheiße ne ah weggekickt oh mein Gott Level 1 haben wir schon mal gemacht also ich muss jetzt 200 Münzen holen so Ziegen sind absolut so richtig süß wenn ihr neu auf dem Kanal seid dann lasst ein kostenloses Abo da ein Like und äh ein Kommentar wenn ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt und Leute wir haben die 41 Abonnenten geknackt was ist das hier was ist das hier keiner wir sind hier so rum hier ist ein Mensch Mann mal was ist das hier wenn ihr kommt ihr könnt ihr könnt was ist das hier was ist das hier auto machen kann ich so wirklich gut deswegen versuche ich das nein was ist das mein gott was mit der zunge was ist das oh mein gott halt gleich mein trick was ist mit dieser zunge zurück kann man nicht mehr was ist das ich kann schießen ich kann schießen oh mein gott wo bin ich es kommt hier wahrscheinlich nicht mehr raus oder für alle die es jetzt noch nicht wussten ich bin total fan von tieren also kommen wir nicht mal auf jetzt kommt das ganze von vorn an also ich muss 200 münzen oh mein gott ich habe den mentor getrunken naja alles klar das ist schon alleine das ist schon alleine Was ist das? Ich muss jetzt mal zwei Sekunden warten. Oh mein Gott. Was ist das? Ich lege jetzt nicht mit der Ziege an. Was ist das? Okay, keiner wusste. Ich bin einfach Autos. Ich bin mit Autos. Oh. Was soll das? Was ist da ein Auto? Ich gehe vor die Straße. Ich mache ein Auto. Und ich habe drei Sterne. 230 Points. Mit irgendeinem Jackpack. Mein Gott. Oh Gott. Ich weiß gar nicht wie man so ein Ding nimmt. So. Oh. So. 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 Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist die Stadt. Komm nicht mehr hoch! Ich habe jetzt einen Sassi von Kaku. Komm nicht mehr hoch! Komm nicht mehr hoch. und ich bin ja schon hier ist auch andere ziehen das sind wir also ihr könnt euch einen namen aussuchen in den kommentaren die ziege heißen soll und die am meisten geklickten so wenn jetzt zum beispiel steht jetzt so kevin ist das hat jetzt fünf likes und die anderen haben null denn nehmen wir natürlich kevin also die am meisten ich muss Und ich hab wieder 3 Sterne, yay! Und dann habe ich das Lieder! Alles klar! Ich kann alles auseinandernehmen! Komm her! Jetzt muss ich kurz warten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab wieder 3 Sterne! Ja! 3 Sterne beim Goat Simulator! Teleportiermaschine! Ich muss sie irgendwie mit der Maschine hier finden oder so! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! 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 Ich kann mit Eiern schießen. Okay. Was passiert jetzt? Ah, ich kann nicht hier rein. Oh mein Gott, ich habe irgendeinen Anzug an. Was hier? Irgendwas mit Charakter. Oh nein, jetzt habe ich einen Doppelgänger. Oh nein. Kann ich auch dreifach nehmen? Oh nein, ich habe mich vervielfacht. Also... Nein, jetzt bin ich wieder die Alte. Die andere, die gehört nicht zu mir. Ich mache einfach das Gleiche. Ich verfahre mich noch mal. Na, das Ding ist hier weg. Gerade weggegangen. Ist du Stress? Alles klar, die wollen hier alle Stress. Und was hat es denn hier aufsehen? Alter, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Und damit würde ich das heutige Video auch beenden. Ich sage tschau, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, vergesst das kostenlose Abo nicht. Und schreibt in den Kommentaren, wie ihr die Ziege nennen wollt. Tschau.